Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video. Ich hatte es ja schon angekündigt, ich brauche einen WLAN Repeater. Diesmal für mich selber. Ich habe mich jetzt hier für einen Huawei WS320 entschieden. Das ist somit der günstigste WLAN Repeater, den man bei Amazon kriegen kann. WPS Knopf ist dabei, N wird unterstützt. Warum will ich so ein Ding überhaupt? Weil ich wohne ja ziemlich nah am Park und ich habe mir jetzt gedacht, Verlängerungskabel, das Ding auf dem Balkon einstecken und mal gucken, ob ich damit nicht bis im Park komme. Das gilt es jetzt hier rauszufinden. Gekostet hat das Ding 34 Euro bei Amazon. Es hätte wahrscheinlich für meinen Bedarf wäre es wohl besser gewesen, so eine WLAN Box von B-Link zu kaufen. Ich glaube, die hat noch drei Antennen und was nicht alles. Die wirkt wahrscheinlich vielversprechender als hier so ein kleines Sender-Ding. Nun ja, aber egal. Ich wollte es jetzt erstmal einfach halten. Also an dem Ding selber ein Reset-Knopf, ansonsten hier nur der WPS-Knopf und kein Netzwerkkabel. Das ist hier absolut spartanig ausgerichtet. Ich werde das Ding jetzt sofort mal testen, anschließen. Einfach die WLAN-Taste, die WPS-Taste am Router drücken, dann hier den Knopf gedrückt halten und dann sollten sich die beiden finden. Und ich melde mich dann hoffentlich gleich aus dem Park sitzend. Bis demnächst.